...Gratulation von dieser Stelle aus ebenfalls an den Stand Oberdorf und damit kommen wir dann zur ersten Siegerehrung für heute. So, herzliche Kunststimme, da hast du mal den Vogel abgeschossen. So, herzliche Kunststimme, da hast du mal gesagt, du bist ein bisschen Verzeihdruck, deswegen würde ich nicht so aufreißen. So, herzliche Kunststimme, das war jetzt so froh, der mich persönlich so ein bisschen enttäuscht hat, in Hamburg, was rechnest du dir heute aus? Ja, er war nicht in Ordnung, ich hoffe, dass er heute in der ersten Runde ist, wenn wir die verdeckt waren und zum Schluss einsetzen, wenn die Reise geht. Okay, ich drücke dir die Daumen an und bitte Ihren freundlichen Applaus für Winsby und Tim Schama. Okay, ich drücke die Daumen an und bitte Ihren freundlichen Applaus für Winsby und Tim Schama.